Um hier einzuziehen, haben wir hier alles richtig gemacht. Und da unten waren wir direkt gestanden und haben dann runtergeschaut. Das ist die Copacabana von Hamburg, meine Gäste. Einige Eltern lassen die Kinder da schwimmen, kein Problem. Vor zwei Wochen gehen eine Leiche rausbefrischt. Da gespürt wieder mal eine, aber keiner ländt raus. Von wegen, ich mache da gar keine Gedanken mehr drüber, also ich kann nur noch über diesen Strand scherzen. Ich komme gerne zum Tauchen hier, denn wir haben 25 Zentimeter Sichtweite unter Wasser liegen. Ist doch genial, das ist doch ein Schütergarten, das ist doch ein Schütergarten, das ist doch ein Schütergarten. Ja, ein altes Wagen, ein Einkaufswagen, das ist alles an der Wagen, geht wieder raus und bewegte Fahrer. Ich habe die Moralhöfe von Hamburg mal an den Kasten.